Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde neues Projekt und zwar Minecraft mit dem Guten und Patrick. Sagst du was? Oh, Entschuldigung, ich hab mein Mikrofon noch aus. Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft und erstmal an dich Michael Moin. So, was haben wir denn jetzt vor? Ich würde sagen, wir suchen uns als allererstes ein Location, oh mein Gott, ich hol dich bestimmt raus aus, 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 aus purer, mein Gott, ein Creeper-Push, grüß's Maul. Erstmal Holz sammeln, Patrick. Erstmal Spitzhacko. Ja, wär vorteilhaft, oder? Ich kraft uns zur Werkbank, okay, Patrick? So, soll ich in seine Werkbank kraften? Patrick, hier. Hier, hier. Ich stelle sie mal neben dich. Hier. Da kannst du Sachen kraften, weißt du? Echt? Kann ich das? Ja. Du musst erstmal ein Holz Spitzhacko machen. Du musst auch steckern, du weißt ja, wie es funktioniert, oder? Mhm. Soweit kann ich das machen. Kann nur den neuen kaum nicht. Ja. Äh. Achso. Ich würde sagen, unser Ziel ist, den Ende der Drachen zu beziehen. Und das war's, mehr willst du nicht machen. Doch, klar. Hier ist direkt schon ein Stein. Weißt du auch, wie es mit Steintools und so funktioniert? Ja. Ja. Dass du da, dass du da was craften musst. Ah, Patrick, wo du schnell bist, du Patrick. So schnell bin ich doch gar nicht. Ja, du steilst da eigentlich doch nicht. Na und? Na und? Na und? Na und? Ich geh auch direkt mal in die Höhle. Ähm. Ja, das müssen wir gleich Schafe suchen, weißt du? Ja. Ja. Zwei, sechs Wolle und sechs Holz brauchen wir. Zwei Betten. Weil wir müssen ja immer zusammenschlafen, weißt du? Ja stimmt, sonst wird's ja nicht, ne? Ja, sonst wird's ja nicht halb. Ja, auf Servern ist das leider so. Aber egal, oder? Ja, passt schon. Macht ja irgendwie Sinn, oder? Na? Na? Hey, lass mich raus. Das nächste Mal. Äh, zack, zack, zack. snapshot mit Steintools machen. Ja, ich hab schon. Ich hab schon Kohler gefunden. Das ist doch schön. Die brauchen wir wieder verpacken, aber soweit weißt du, oder? Ja, soweit weiß ich. dass man jetzt erstmal eisenerz zusammenfarmt erst mal ein paar level generieren erst mal erst level zwei verschiedene arten von erde probeerde und erde ok das zum beispiel was wurde vieles mit mini kraft update und wir sind auch in der 1 von 18 patrick ja ich weiß das musste das musst du dir immer bedenken ich mache gerade kohle blöcke die halten oder ist der andere gemeint mini kraft bus simulator der beste spiel was ist denn hier los wo bist du jetzt ich bin zwei meter weiter ich wollte den haben aber dafür brauchen wir noch nicht bloß leben sonst haue ich dich pass ihn an ich fasse dich an ich würde erstmal hier mich raus bewegen was rennst du mir her schläge wir spielen auch wieder auf springen auch auf ihn drauf er soll mir erst mal ein dorf suchen oder ja irgendwo hin erstmal hier ist auf jeden fall kein guter spot zum starten das war das an patrick es gibt doch neue höhlen und so weißt du es ist ja da freue ich mich eigentlich voll drauf auf diese ganzen höhlen kram und das ist alles ein bisschen patrick keinen schaden bekommen ja dort einmal die springer an wasser ganz wasser wo man dahinten dass man das zuckerrohr nimmt das später für bücher und verzauberung wichtig oben ist kohle und scheiße dran die dinge zum beispiel auch noch nicht das ist mal kohle abbauen oder so ein bisschen soll ich mal ein paar fakten mehr machen gar nicht was ich mache gerade ein paar mehr vergangen willst du die hälfte abhaben oder soll ich die beiden ja kannst du mir gerne geben was haben wir denn da ist das eis wo ist patrick patrick wo bist du das rezept pfeffer ich kann es sogar abbauen geil die sind zeig mal was ist denn das ist kupfer ah kupfer ok kannst du auch kupfer werden soll ich jetzt machen ne du kannst ja so hier wollen wir ja klar kannst du kannst jetzt zum beispiel jetzt ein fernrohr und so kraften ok patrick hier ein fakkelchen danke ich bin alles noch bei drei dings bei 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 äm ähm das feststehend man schmeißt halt die sachen weg guck dir das mal an patrick guck dir das mal an guck dir das mal an patrick guck mal hier ich hollack mal rein so erste höhle ja guck guck oh da unten ist ein spinnchen ok ich will hier raus ciao ja erstmal würde ich sagen Eisen oder oder da wenn er kupfer oh da ist noch kohle immer schon aufpassen ja ich kann auch sterben jetzt besser wollen weil die monster um ein kopf was um ein kopf ja meine kraft 18 1.8 hat schon was kann man schon patrick ich brauche uns gerade am boden kann man hier weg fahren oder wir können wir zusammen fahren patrick ich gehe das mittlerweile seit wann geht das nicht mehr früher konntest du nur allein in einem boot fahren ist mir klar geht das schon das geht schon länger jetzt kann patrick ich hole ich ab kommen sehr rechtstieg einfach jetzt erstmal schafe das mal an patrick jetzt mal an wie schön das einmal ist so wunderschön du weißt schon dass es langsam macht was soll ich machen das ein netz deswegen sind jetzt dass man spot finden wo wir uns ein graus in untergraben wenn wir uns dann mal eigentlich tiere töten um uns zu eingraben patrick oder habe ich gesagt hier will ich mir ein graben hier ist ein bisschen von ein bisschen grasland und das hätte ich gern so ganz basic wie kann man so schön einbauen die eine nacht ja klar nur die eine nacht jetzt hast du das steuerrad jetzt verweisen jetzt was ist das das kopf ja die gehen noch nicht mehr so schnell kaputt wie vorher oder wie komme ich jetzt raus mit uns die gehen gar nicht mehr kaputt okay das cool gar nicht mehr egal was du machst und lass mal ein paar ressourcen und bonnie das eisen ernten das ist alt und sie erst reisen roheisen patrick dann können wir uns gleich eine schere bauen dann müssen wir keine schere keine schafe bringen bringen ja kein bringen ja nicht mal gleich also es ist absoluter schwachsinn jetzt auch klar klar ist der fan bringen die dann fleisch patrick du hast so lange nicht mehr mädchen kann das sein die bringen allerdings heißt es irgendwas bringen die bringen auf jeden felsen feuer stein geil brauche ich hast du patrick warum hast du denn noch holz tools noch weiß noch hab weil ich sparsam bin ach moini wonnen was hast du mir steht gewonnen ich kann es aber gar nicht lesen moini wonnen nein waren schon da die ist am start oder bei mini kraft ist sie am start ich mach mal gerade rufen gerne können wir uns schon mal eine schere machen oder ein roheisen und der erstes salzburg hat jemand reingeschrieben wenn sogar zucker machen patrick und können wir nicht anfangen und der erste eisen patrick brauchen mehr kohle was haben wir uns jetzt daraus kraft eine schere hast du gesagt zwei glaube ich oder zwei also genau so viel hatten wir ich gehe auf andere tour ich würde ich würde mal raus gehen oder oder eigentlich die die mini kraft 1.18 update ist so krank guck dir mal das an freunde ich guck dir doch mal an hier oben ja ich finde auch also bei mir ist die schönste aussicht überhaupt du hast ja wann vor dir hier ist magma blogger die können mitnehmen damit können wir uns später aufzüge und zu bauen okay ich damit wieder anfangen wird es todes namen statt besser spruch ich habe es kaputt du hast du dir eisending oder die du hast mir keinen du hast mir keine eisen ich tue jetzt mal nicht durch eine kraft oder hast du oder hast du noch ich mache mir gerade eine ne komm dann mach ich einen ich habe einen ja patrick bittchen patrick du hast ja eigentlich können dann haben wir beide auf reserve weißt du halsspitze können wir eigentlich auch verbrennen dieses super zum verbrennen einkommen hier mal irgendwas die ganzen höhen sind anders beigemacht worden was man ja am ende bringt das gar nichts mehr sich eher so ganz dumm runter zu haben weil meine liebten zu beschäftigen mein kopf bringt nichts mehr ganz tief in die erde zu buddeln das kommt auch noch ich glaube auf welche höhe bist du mit f3 kannst du umzeigen ich bin auf höhe was denn die höhe 48 ja man das noch nicht aber die man kann man nicht abbauen es gibt ja auch ein netter wirst du mit dabei das ist noch nicht wir finden das aus dem posteisen war das was für was post was eisen gewonnen für jemand brauchst du die aus patrick diesen ich glaube häufiger geworden das kopf war so doof abzubauen richtig guck mal dauern einen am anfang brauchen wir es halt kein kupfer was du lieber liegen lassen ja es ist schon besser wenn du es mitnimmst aber am anfang braucht es erst mal nicht weißt du also das ist eigentlich platzverfeinderei weißt du sagen wir bescheid wenn es da wird dann buddeln ich mich jetzt noch runter joa ich bin hier oben die ganze zeit und rede mit dir ja und du wusst nichts nichts ja man sich gerade mich hier schwer schuften wenn ich glaube ich jetzt die kunde kann es mir noch ein paar fackeln geben ich habe noch zwei drei ordentlich oben ab ja patrick wir haben nicht so viele ressourcen kann ich brauche jetzt gerade die ganz wackeln die du oben abgebaut hallo ja stopp patrick stopp stopp ne nix stopp jetzt immer weiter bis die spitze kaputt ist wirst du ganz viel kupfer hier vergessen ja ich hab's liegen gelassen weil du gesagt hast wir brauchen es nicht ja momentan nicht weißt du jetzt habe ich meinen crafting table da oben erst mal rennen ja gar nichts mehr hast gehen wir auf die optionen grafik einstellen da muss der helligkeit auf hell sein ne das geht es sich auch auf düster machen war das jetzt roheisen ja fünf roheisen habe ich gefunden weil es schnell in den ofen schweißen dann kannst du mir geben wenn du willst weil ich auch auf helligkeit auf duster machen was durch auch die helligkeit auf duster machen in quatsch was du willst soll ich mal oben aufstellen ich habe gehört oben steht er nicht extra hoch haben wir zu haben einmal machen auch wenn einmal ja ich glaube er wird er erst mal eine wenn es reich kann es uns beide eine eisenspitzhacke oder eisenschwerter so machen müsste das dürfte entweder zwei schwerter oder eine spitzhacke reichen macht zwei schwerter ist gleich besser ich glaube es ist eine spitzhacke besser weil wenn wir was wertvolles finden wir ganz nicht mitnehmen ergern wir uns mehr patrick haben seinen tag und wenn du das ganze eisen erst schmelzen willst dann hier ist ein creeper so ich warte auf dich patrick parker sein darmstadt ist so eine schöne stadt was sagen sie dazu patrick war schön wo ich mal da war so bist du hast du noch mitgenommen ja habe ich habe aus dem vergang mitgenommen ja ich weiß wir wollen sagen man merkt dass ich schon ewigkeiten nicht mit spielte ich glaube auch oder das schön so es ist ein cool das ist ein schwein die können wir killen alle können wasser explodieren können sie einfach in die andere richtung ich will gerne schwein oder ich habe echt hunger also die abendschweine in ruhe eine angemacht hast du denkst und fisch auf der kohle kann kein bock auszusteigen wir haben jetzt hier aus und gehen da jetzt ich bin rausgesprungen den berg hochgegangen ja ich weiß doch ich bin so langsam unterwegs weil ich kein essen habe hier kommen wir den berg nicht weit hoch gut dann gehen wir doch in die höhle dahinter ich glaube nicht in die höhle aber ja hier kommt zumindest den berg hoch glaube ich hoffe ich meine ich wir können uns auch abbauen kannst du auch blöcke hoch machen ja stimmt ich merke dass man keinen lang keine minecraft mehr gezockt hat ich will zu abbauen oder ich ist mir doch egal von mir ist auch wir beide gleichzeitig naja das ist ein bisschen das geht nicht patrick ich komme ich bin so langsam ist auch schon so langsam dann weiß ich nicht wovon du sprichst dieses hüpf ding da kann das heißt also haupt spiele sind normalerweise jump in ones habe ich gerade erschreckt dafür hat eine andere kreatur jetzt braucht eigentlich schafe ich habe keinen bock jede nacht in der höhle zu verbringen oder ja das war schweine oder schafe ja also laufen einfach mal die richtung sagt doch was da war ich schon unten muss nichts mehr sagen und hoch gegen halben herzen fakt wegen dir so in höhlen patrick ja mann wollen wir jetzt ja nicht wir wollen ja schafe suchen eigentlich schon kannst du noch springen oder was du kannst du verhungern und dann kannst du sterben dabei ja hardcore ist hardcore patrick oder ja die ganze pläse kann man mal eins ja hardcore ist aber auch nicht permadev ne das ist nochmal ein eigener modus ne äh wir könnten auch rein und richtig hardcore auf dem server spielen das geht auch aber hardcore wenn du einmal tot bist dann bist du tot dann kannst du die welt vergessen wir laufen so unten kann das sein ne ich versuche schon ungefähr strak zu laufen wieso wollen wir denn noch rennen ja bis wir hier aus dem land raus sind du wirst schafe nicht finden indem du auf die auf die erde starrst du musst suchen ja jetzt werden wir aus dem land raus oder nicht wenn ich schon mal äh patrick habe ein leben äh ich hab noch vier hast du noch essen für mich oder hast du gar kein essen ne ich hab gar kein essen muss ich noch sehr haben so hast du auch gerade die meldung gekommen ja selber das spiel wurde geschweigert total geil ne mhm interessante information ja ey wenn ich sterbe dann kannst du mich nicht hinterbeleben gell stimmt das geht nicht dann bist du wieder beim spawnpunkt dann kann ich mich einfach zu dir teleportieren ganz ehrlich da unten ist ist kohle aber da will ich nicht so hin komm ich möchte trotzdem warte ich muss echt auf ein leben ja sobald ich nicht äh angelo muss was essen ja patrick auch glaubst du ihr findet dorf ja klar oder patrick könnte und du war da ist noch irgendwas zu essen habe ich irgendwas zu essen ich habe gar nichts zu essen ich kann die kohle zum futtern gehen wenn du willst kann man den pilzen mittlerweile irgendwas machen ja pilz ja pilze kostet aber dann noch ein roter pilz und schlüssel kostet es noch achso ja das dauert dann noch ein bisschen bis wir an den ganzen kram dran kommen ja ich hätte auch keinen bock drauf hast du ja 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 wenn ich jetzt sterbe dann es ist auch voll der anfang also von anfang ist das echt blöde hier ja vielleicht müssen wir nur rein bauen und dann auf warten dass wir in dieser tage ist jetzt ist ja nicht hardcore das wäre jetzt natürlich noch schlimmer blumen ohne ende pilze ohne ende rote pilze geil und das sind blumen aber keine blumen sag mir nicht jetzt schon wieder so eine schlucht dann lass uns mal da raus fahren ganz ehrlich patrick lass uns mal da raus fahren dann lass raus fahren hier meint sich ich kann den jump and jump überleben du eh nicht du stirbst immer warte ich stell mir gerade in die einstellung so um dann sterbe ich hier nicht cheaten ich wenn du stirbst dann kille ich mich halt auch nee dann teleponiere ich einfach zu dir ganz endlich kann man sonst machen ah ich kann mal runter patrick äh hilfe kommst du ja ich hole gerade noch ein bisschen kohle äh das ist äh ja wir sind da runter gekommen warte mal was war meine vorhersage du stirbst auf jeden fall ich fahre einfach zu dir ja von mir aus ich hab da kam ich so ich muss mal ganz einig da liegen sie ooooh jetzt ich hab ein ganz items so ich habe sie ein bisschen leben was jetzt kannst du auch runter kommen du willst ja aber nicht sterben patrick ne nicht so wie ich ja ich bin der erste der stirbt ich wäre jetzt unten im wasser und warte auf sie da sagen wir legen noch deine sachen deswegen bin ich nicht raus geschwungen ich mache uns du bist sehr nett ne 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 warte mal ich muss mich grad mal sortieren sorry patrick du da cool also ich bin noch beschäftigt kannst du ja machen patrick muss aber erst mal sortieren was sonst komme ich hier ganz durcheinander bei so einen sortierten inventar in das hier nicht einfach sortiert button ins geset geben muss ganz okay so ich hole schon bunt ab wo sind die alle schafe und schweine ja wir wissen es dass ich gerade nicht wir wissen es nicht patrick die verstecken sich vor uns wir gehen jetzt da wo der creeper ist nicht die gleiche stelle wir sind nicht im kreis gefahren er gelaufen auf keinen fall eine zahl oder creeper ist neben getroffen haben was dann gesagt mich kraft hat einfach block spielt oder ist der patrick achtung aufsteigen müssen schöne nacht ja und so eingraben jetzt schnell ich habe zwei leben müssen wir wohl ja jetzt kommen und so der schweine ich will die kind ich muss jetzt kennen patrick guten mehr von ganz leidern bauen war irgendwo ein bau uns mal irgendwo ein nach oben oben auf dem berg dann wollte ich uns ein koppeln ich habe jetzt bist du was zu essen da ist doch wohl ja war der patrick ich bin und ich denke ich bin und so warst du jetzt wo warst jetzt ich mache jetzt einfach tab wenn da man so ich habe ein bisschen essen für mich besorgt ich habe das messen und sich die hälfte abhaben und wird nicht da wohl bitte patrick wie videos auch habe ich jetzt ja ich esse doch schon ein paar trink ich brauche wieder wie viel leben hast du noch wenn ich fragen darf 4 ich würde mir jetzt voll leben machen dann würde ich dir auch was geben endlich hast du was zu essen ja irgendwie ja durch mal raus ein paar schafe grillen ach so dass irgendwas da drauf ok gut und ich auch nicht wieder was neues so ich glaube ich hätte sie der voll leben da könnte ich den rest essen abgeben du bist du mal als die ne warum wir sind doch ein zusammenes team du isst jetzt nee ich mache mir gleich eine weizenform das weizen kann ich weiß es spannender möchte haben auf twitch funktioniert mein bild nicht danke für die info aber im moment kann ich da leider nichts dran machen aber nachher dürfte sich das äh wieder fixen also willst du das zu essen oder nicht die hat 5 noch übrig wenn du willst patrick auf was hast du auf was hast du die einstellung für westream auf wie viel äh bits nicht dass ich das bei mir übertrieben habe standardeinstellungen 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 jetzt kriege ich gerade durch hunger schaden ouch und dann die 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 Untertitelung des ZDF, 2020